Ich halte dich für ein echtes Juwel. Du stehst schon lange bei uns auf dem Zettel. Du bist gesetzt. Trikornummer kannst du dir aussuchen von 1 bis 99. Da kommt auch dein Name auf das Trikot. Hier wird nur nach Trainingsleistung aufgestellt. Namen spielen keine Rolle. Und mein Plan ist es, dass du der Kopf, das Herz und der Fuß dieser Mannschaft bist. Wenn du fit bist, spielst du jedes Spiel bei uns. Bei uns hat keiner Verträge. Bei uns hat jeder Vertrag. Hier verdienen sie alle gleich. Aber erzähl das bitte nicht weiter. Nächstes Jahr können wir dann auch mal über mehr Geld sprechen. Also früher haben sie hier waschgörbeweise das Geld rausgetragen. Aber ganz ehrlich, die Zeiten sind vorbei. Wenn alles gut weiterläuft, kriegen wir den einen oder anderen Sponsor. Können wir auch mal über ein bisschen mehr Geld sprechen nächstes Jahr. Aber das ist für uns nicht entscheidend. Geld darf auch für dich nicht entscheidend sein. Wir sind ja nicht so ein hochgestochener Tochterklub. Bei uns zählt der Handschlag noch. Hier verdienen alle gleich. Du siehst den Acker ja dahinter. Gewöhn dich da gar nicht erst dran. Weil nächstes Jahr, was verspreche ich dir, haben wir Kunstrasen. Wir haben zwar noch kein Flutlicht, aber wir wollen auf jeden Fall Freitagsabends. Und das Flutlicht könnte mit dem Kunstrasen zusammen. Könnte das vielleicht. Das sieht gut aus. Ich glaube, wir haben nächste Saison warmes Wasser. Die Getränke nach dem Spiel sind bei uns immer frei. Wenn ihr gewonnen habt, ne? Training ist bei uns nur in Ausnahmefällen aufgerannt. Spielerfrauen sind hier für alle da. Urlaub in der Vorbereitung? Kein Problem. Aber eins sage ich dir, die Karten müssen aufhören. Wir wollen nicht prahlen, aber ich glaube, wir haben den besten Trainer in Hamburg. Und du darfst unter ihm trainieren. Ich habe noch ein Werbegeschenk für dich. Wenn du richtig fit bist, dann kannst du bei uns in der Kabine rauchen. Kein Problem. Nur für dich. Jetzt habe ich dich kurz kennengelernt. Du passt hier menschlich überragend rein. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Menschlich bist du Welt. Das ist es.